Diese Musik ist immer noch heute unglaublich lebendig und wir haben so so viel darüber gearbeitet, um diese Musik noch lebendiger zu machen und euch zu bringen. Das ist so mit Kammermusik, also es kann einfach stimmen oder nicht. Und mit Marc hat er eine ganz spontane Natur und hat Spaß mit dem Spiel. Und das ist auch ganz wichtig bei Mendelssohn. Und ja, mit dem Basler Kammerorchester, ich könnte wirklich keine bessere Kombination finden. Also mit Dirigent Howard Griffiths, mit Marc Buschkow und dem Basler Kammerorchester. Das war nur, kann ich sagen, eine wahre Wohnung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020